Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arias Championate. So, heute mal ein ganz neues Championat, das New Hillcrest Championat ist da. Wuhu, ich freue mich schon mega. Hier haben sich auch schon ganz viele eingefunden. Ganz viele Bubbles. So, dann haben wir dann hier die Liv Weststep, Susan Winstone, Connie Bluelord, Leonie Pony Rider, Madison Yellowwater, Elena Goldhaus. War das richtig? Weep, weep, weep. Lauren Big Rider. Ja, war richtig. Gut. Oh, ich bin so aufgeregt, das glaubt ihr nicht. Ich habe, glaube ich, gefühlt eine Viertelstunde mein Outfit ausgewählt. Huh. Lila Greensmith ist noch da und die Stina Young Bear. So viele. Hilfe. Aber schön, dass ihr alle mit da seid. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß beim Championat dann gehabt. Oh Gott, ich bin so gespannt, wie das sein wird, weil... Äh... Ich glaube, ich sollte mal das Interface wieder anmachen, sonst... Nimm, nimm, nimm. Ja, auf jeden Fall Bienen, Autos und noch eine Menge andere Dinge. Das lässt ja vermuten, ne? Melissa Goldfors ist hier noch irgendwo. Ähm. Ist hier noch irgendwer? Äh... Ne. Ja, Mandy und Dina werden mir bestimmt jetzt gerade nicht angezeigt. Naja, sind ja aber auch genug da. Nova Southburg. Hallöchen. Nein. Ah, ich kann gar nicht genug betonen, wie... Wie aufgeregt ich bin. So, ich bin mal gespannt, in welche Gruppe ich komme. Es werden jetzt sicherlich 100.000 Gruppen entstehen. So, an die 20, 25, 30. Joa. Äh. Da muss jemand wieder spammen. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Welche Gruppe wird sein? Äh. Ich hoffe nicht allzu hoch, aber ich glaube... Dass man diesmal nicht wirklich große Chancen hat, in Gruppe 1 zu kommen. Aber so wie... Ich bin ja sowieso erst Level 17. Ich komme ja eh nicht in die erste. Selbst wenn es weniger wären. Hm. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Und schreibt mir jetzt bitte nicht in die Kommentare. Stell dich nicht so an. Doch. Es kommen nicht alle Tage ein neues Championat raus. Huuu. Okay. Ganz ruhig. Ja. Elena, ich bin auch mega aufgeregt. Oh mein Gott. Also ich glaube, man sieht hier jetzt nur einen Bruchteil von den Leuten, die jetzt gerade da sind. Gott. Wenn man sich mal ausmalt, dass es jetzt 20 Gruppen gibt. Und in jeder Gruppe sind, glaube ich, 20. Oder? Sind da mehr drinne? Ich glaube 20. Dann haben wir schon mal 400 Leute. Boah. Überlegst du mal 400 Leute würden hier angezeigt werden. Eieieiei. Dann würde man das Feld hier gar nicht mehr sehen. Man würde nur noch Köpfe und Pferde sehen. Oh mein Gott. Es dauert heute echt lange. Es scheinen echt mega viele da zu sein. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen zusammengestellt sind. Also bis gleich. Also Leute, ich melde mich mal ganz kurz zurück. Es dauert übertrieben lange gerade. Meine Aufnahme läuft schon seit neun Minuten. Und ich bin vielleicht gerade mal... Ja... Ich habe vorher, glaube ich, vier Minuten oder so gequatscht. Ich warte jetzt schon fünf Minuten. Also, wow. Und der Chat funktioniert einfach mal gar nicht mehr. Normalerweise ist im Sack-Chat so viel los. Und jetzt ist einfach gar nichts. Starstable crashed. Wee! Fertig! Yay! Ja! Gruppe 27. What the fuck, Alter? Oh mein Gott. Und es sind, glaube ich, noch nicht mal alle fertig. Ach du. Grüne Neuner. Oh Gott. Okay. Sechs... Sieben Minuten? Ah! Na gut, bis die ganzen Gruppen vorher schon gelaufen sind, ne? Boah. Das ist echt heavy, Leute. 27. Mit Level 16 kommt man hin. Und wie viele Leute sind Level 16, bitte? Und ich bin Level 17. Boah. Also, da sind weit über 27 Gruppen. Ich würde mal sagen, 35 bis 40 Gruppen. Es sind ja nicht alle Gruppe 7... Level 17. Hier, äh, Level 17. Boah, Leute. Oi, 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 oi. Wie sind denn die anderen so? Ja, alle 17er. Alle ausgelevelt. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird ja was. Also, ich glaube, ich kann jetzt hier nicht fünf Minuten oder sechs Minuten durchschnattern. Wir sehen uns, wenn das Championnat anfängt. Bis gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das fängt an. Ich habe jetzt voll damit gerechnet, dass das jetzt hier losgeht. Also, mit Dings. Oh mein Gott. Oh, wie cool. Oh Gott, diese Dinger sieht man da voll schlecht drin. Oh mein Gott, oh mein Gott, Concentration, ich habe gar nicht meine Championatshaltung gerade eingelegt. Ah, wie cool. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Sogar durchs, durch den Sumpf, wie cool. Oh Gott, ich werde hier gerade als erstes angezeigt. Hä? Oh Gott, hier sind die Bienen. Hier werden gar keine Dings angezeigt. Wie witzig. Oh nein. Hier werden gar keine Plätze angezeigt. Wie geil. Oh mein Gott, Leute. Bienen. Bienen. Das ist ja eine Kack-Fail-Runde hier. Aber neues Championat. Ich bin gesprungen, ihr. Saft schubsen. Gott. Das ist ja... Da muss man sich erstmal einprägen, wie hier die Strecke so läuft. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin so am Ablosen. Aber wenn überhaupt... Da sind gar keine Plätze. Ich weiß nur, dass die anderen Meilen weit vor mir sind. Aber bisher finde ich es richtig cool. Nur mit den Bienen ist das echt tricky. Okay, da sollten noch irgendwelche Dings kommen. Autos. Nein, die Champion... Ach gut. Ich dachte schon, die... Oh mein Gott, Hilfe! Hilfe! Entschuldigung, falls das ein bisschen jetzt zu laut war. Oh mein Gott! Hilfe! Okay, es scheint... Scheint noch keiner im Ziel zu sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Doch, die sind im Ziel, okay. Oh mein Gott! So, und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt stehen wir hier. Keine Anzeige, wie lange das noch dauert. Keine Platzierungen. Hm. Also so richtig ausgetüftelt ist das noch nicht. Ha. Ah, ich war noch nie bei einem ersten Championat dabei. Das ist echt cool. Da sieht man noch, was für Probleme es noch gibt. Okay. Warum hört das nicht auf? Hm. Das ist echt merkwürdig. Normalerweise kann man gar nicht rumlaufen, bis nicht alle im Ziel sind. Das ist echt komisch gerade. Hey! Hey! Okay, ich verstehe das nicht. Chat ist immer noch gecrasht. Hm. Tja. Komisch. Ja, ich finde es echt merkwürdig gerade. Es passiert einfach dann nichts. Kann man schon zum Briefkasten rennen? Ich gucke mal eben. Vielleicht habe ich ja meine 25 Jorvik-Schillinge schon bekommen. Keine Ahnung. Die Nadja hat sich das gleiche gedacht. Wow. Post ist auch gecrasht. Was? Ich weiß, ich habe keine Post mehr. Hey! Star Stable bricht zusammen. Star Stable bricht zusammen. Wir haben alle Star Stable geschrottet. Ja, was mache ich jetzt, Leute? Was mache ich jetzt? Ich bin immer noch in der Gruppe drin. Und wir waren viel eher dran, als die Uhr gezeigt hat. Tja, Leute. Ich weiß nicht, was es hier noch gibt, ne? Ja. Gut. Ich glaube, ich beende das Video hier mal. Ich glaube, die anderen werden auch diese Probleme haben. Ja, gut. Also auf jeden Fall ein ziemlicher Fail. Ich weiß nicht mal, welcher Platz ich geworden bin. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal, ob sich das bei den nächsten dann verbessert. Also das Championat war jetzt um... Halb fünf. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer da sein werden um halb fünf. Aber wird man die Tage ja sehen. Also, dann hoffe ich, euch hat die Chaos-Folge gefallen. Also ich fand es echt witzig. Gut. Dann würde ich mal sagen, war es das auch mit der Folge. Und bis zu einer nächsten. Tschüss. So, Leute. Ich melde mich nochmal zurück. Anscheinend. Ich weiß nicht, nach zehn Minuten auf einmal hatte ich das hier. Total merkwürdig. Bin ich mal gespannt, was gleich in den sieben Sekunden ist. Eben stand da Platz zwei. Aber ihr wisst, ich bin total beknackt gerannt. Also, das kann nie und nimmer stimmen. Hä? Was ist denn das für ein Driss? Ich bin noch nie und nimmer Zweite geworden. Oh, das ist noch so verbuggt, Leute. Ich bin niemals Zweite geworden. Hier, niemals. Nie und nimmer. Ihr habt gesehen, dass hunderttausend Leute vor mir waren. Das ist ja echt crazy. Leute, also irgendwie ist das leicht merkwürdig. Oh, Mann. Also, echt. Ich weiß ja nicht Star Stable. Also, das war jetzt nicht so eine Premiere. So, ich bin mal gespannt, wie die Schleife aussieht. Hä? Im Ernst? Nein! Netzwerkwiener! Ich habe gerade noch eine einsammeln können. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Gleich sind wir wieder da. Ich bin mal gespannt, ob ich die Dings jetzt auch wirklich kriege. Die Schleife. Hui. Hallo. Okay. Oh, ich habe sie trotzdem nicht verschnell genug. Oh, phew. So, jetzt muss ich mir mal gerade irgendwie so einen Balken suchen oder so. Damit ich euch das auf welcher Seite... Okay, auch der hier. Zeige ich euch das jetzt am besten. Da hinten ist ein Balken. Das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Ah. So, das muss jetzt aber hier. So. Also. Halt mal still hier. Ah. Da ist so ein springendes Pferd drauf. Oh. Das sieht schön aus. Mit Rot und Silber. Richtig schön. Jo. Hätten wir das auch geschafft. Ich glaube, wäre ich nicht so schnell gewesen mit dem Abholen. Ähm. Dann wäre das mit der Schleife, glaube ich, nichts mehr geworden. So. Jetzt aber auch wirklich. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn das jetzt echt sehr chaotisch war. Ich glaube, das hat sich Star Stable auch anders gedacht. Na gut. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Und bis zu einer nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.